Hey Dad, Sturie hat mir ins Bett geschissen. Oh, ja, alles schön. Was ist das hier? Äh, ich werde wahrscheinlich Bugs Bunny übernehmen. Was? Stopp, ja, gut, morgen sehen wir uns wieder ohne Felix Spieß. Dann, äh, unser, äh, mein Lieblings-Sprecher, Sebastian Kluckert, schaltet alle. Äh, okay. Wie geht's dir? Hallo, mein Hase. Findest du mich ein bisschen aufdringlich? Äh, nicht mehr als sonst. Ich freu mich, euch alle zu sehen. Das fällt mir ein, ich hab ja gar keine Augen. Warte mal, und jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, was ich schon lange machen wollte, dir mal einzeln die Fresse zu haben. Ja, jetzt bist du. Ja, okay, ey, dankeschön. Ähm, man kennt mich in Berlin aus der Szene. Nein. Bumschlaberlaber, 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 bumschlaberlaber. Tschüss.